hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge haus flipper so wir haben das verlassene haus vorgerunde begonnen wir gehen mal in den browser so hier sieht man es ein verlassenes aus campinghaus 32 wir haben noch 28 so dann würde ich sagen gehen wir wieder zu campinghaus zu campinghaus das campinghaus sind schon witzig aus schlafzimmer und schlafzimmer so wo ja das wollte ich machen so käufer was sagen die denn okay so billig wie möglich okay was sagen die kinder und oma denkt nur ins lernen hauptsache so wenig wie möglich bezahlen moderne stilvolles haus ok so dann mal hinein in die gute stube so ich habe angst vor dieser ok ein bad so was ich als erstes in diesem bad mache die tür muss weg ok wir einigen mal so ja sehr gut so so das fenster so super oder ja wieso haben wir da moment da ist doch wird doch irgendwo angezeigt schmutz irgendwo ist er weg so gut wieder ins bad pfi teufel so was aber da kann weg kann weg kann weg kann weg kann weg wir wollen im shop laminat und innenausstattung ok teppichboden laminat badezimmer bodenfliesen so ok ein eigenes die tausend wird auch dieses grün oder ja so moment ja ist das okay ja ich denke ja so super so wir brauchen jetzt nennen nicht gibt's fugenmasse oder sowas antfließen ja ja okay wir nehmen das egal so jetzt kaufen ok die ok so gedrückt halten um ach so geht das ok das ist wirklich keine schöne fliese also ich meine alles geschmackssache ich hoffe einem von den käufern wird gefallen ja das bad so aber ist definitiv hübscher als das was vorher da war so so ist auf jeden fall auch zusätzlich noch das beste der beste kontrast zum bumm also bester weiß ich jetzt nicht aber ja ja so gleich haben wir den stapel hier verbaut so den noch dran und gehen hier super sieht jetzt schon als neuer absolut dreckig aus so ja wir kaufen das noch mal so ja nein verdammt was mache ich da so jetzt so so also schön ist anders wieso das so dreckig gleich aussieht da hätte ich gerne einen skill punkt jetzt mehr fließen so gleich haben wir es fertig verfließt also fertig die hälfte haben wir ja glaube ich schon so da kommt dann die heizung her ja ja super dieser dreck an dem fenster so ups die vorletzte fließe die noch dran so ich habe da unten einen skill point ich weiß ich schaue gleich nach so wo haben wir denn die äh verbesserungen hier nicht 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 oh ok ich dachte wir haben einen gut äh dann kaufe ich noch ein stoß solche fliesen so äh stell ich hier her die spachtell ups ich muss ja eine fliese mitnehmen so und dann kommt da so eine heizung dran und das bad fertig montieren ja die sind jetzt einfach nur schmutzig äh und nicht so abgeschlagen wie die anderen die anderen sind abgeschlagen und schmutzig und bei denen kann man sagen ja sie sind wenigstens nur schmutzig so so fliese nehmen super und sind wir fertig sind wir fertig oh 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 so so jawohl so das mit den fliesen bewegt die käufe ja zu überhaupt nichts also keine freudenschreie kein kein nichts so so gut offenbar ist ihnen das bad nicht wichtig so jetzt da noch her ja und einmal kaufen wir noch den schoß ja ich weiß den rest können wir dann verkaufen so äh tschuldigung und zwar mit der spachtel so äh ja das ist hier auch mit dem das habe ich am anfang gar nicht bedacht nämlich so so da haben wir schöne neue schmutzige fliesen jetzt im bad angebracht 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 so unten auch jetzt noch über der tür ich glaube drei noch ja so dann das andere fenster super und damit sollten wir aber auskommen hopps tschuldigung so äh fenster ja mach ich nachher so zuerst schön die fliesen verlegen und brauche ich vielleicht sogar noch einen Stoß nein äh bitte nicht so heranklatschen so ja das grüne campinghaus so und wieso ist das da jetzt so naja so ist natürlich blöd weil die seite ist noch nicht gemacht das kann ich nicht so lassen kaufen los so spachtel und wegen zwei fliesen ach ja moment hier fertig so den rest kann ich verkaufen so fenster kann ich reinigen was ich alles kann super oder so jetzt reinigen wir noch das fensterbrett das wird wunderherrlich so so ähm grab kurzes aufräumen und es ist sauber so das bad wir brauchen badezimmer wir nehmen das kompakt wc flatty das wird gekauft hierher so wir montieren es gleich mal und zwar schraube 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 deckel drauf deckel zu und fertig tatsächlich so ein äh waschbecken ähm so oder machen wir ja mit grünem waschbecken mit schrank super super so äh 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 ich dachte da drauf drücken nein man muss ja immer an den schläuchen so drauf habe ich es ganz rein jetzt so schrauben schrauben äh schließen so ähm fertig super so was ist mit dem der ist super so da kommt gleich ein Anschluss eine Heizung jetzt kaufen so montieren da bin ich ja schon Specialist so rüber rüber und rauf super super dann kommt hier noch eine Dusche in die Ecke Badezimmer hier die Einbaudusche so die montieren wir auch gleich so die Füße also die Füße die Stützen so und einmal noch ja äh äh achso immer ja schrauben ablauf so jetzt dran so wand wand äh in die Wand in die Wand auf die Füße auf die Füße so äh äh ach ja die Wand und jetzt nein nein die habe ich doch schon anmontiert oder die Schrauben oh so so das werden wir gleich festziehen festziehen super Wand einsetzen dann Griff dran jawohl und festziehen ja sehr gut so Griff dran und Schraube Deckel super da werden wir die jetzt zuklammern drauf also zuerst hinsetzen jetzt festziehen festziehen auf der Seite auch noch und gleich ist die Dusche fertig Dusche ist immer so ein bisschen mühsam finde ich so aber es geht es lohnt sich es lohnt sich so äh da kann ich eine Waschmaschine her setzen so Haushaltsware eine Waschmaschine was denn das Wasserkocher Deckenventilator was denn das Wasserkocher Deckenventilator Tüschern Gasherd wow coole Sachen das ist ein Wasserkocher so die Waschmaschine die werden wir gleich montieren äh hier zuerst die Transportsicherung ja 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 und so Deckel runter Schraube raus Schraube raus Schraube raus Schraube raus und Schraube raus super ja sitzt dreht so wieder anschrauben Schraube raus den Staubschutz ja könnte mal super als Nagerhem nehmen äh ja wieder anschrauben ach so zuerst ein und super so und hier ach so der Schlauch für den Ablauf so sind wir fertig wir sind fertig ähm super so ich hätte gerne einen Spiegel ähm wo gehen wir Spiegel vorhin schauen was hin den Tische Teppich wir nehmen einen Teppich ähm ja einen giftgrünen Grasteppich genau legen wir es so hier pfoi 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 ähm Stühle sonstiges so Hängeregal down das kommt hierher so dann Hängeregal das hier so ähm dann nein völlig falsch ähm so ähm so dann das das mal weg äh wegen des Überblicks eine grüne Phase was ach die ist da so die kann man also nicht da drauf stellen dann muss die grüne Phase dastehen so was haben wir noch für Sachen wir brauchen Schränke und Schränkchen Hängeregal Andy irgendein Element brauchen wir da noch wow Panele Lampen nein in der Stadt gibt's Pflanzen so so Lampen Farben Fotos Fotos und ja das machen so so ein plätschernder Wasserfall Bildwasserfall so ein Bild an die Wand so eigentlich möchte ich einen Spiegel so alle Spiegel Spiegel kaufen so 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 wo Deckenlampen 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 Halogenlampe Aha okay so eins Halogenlampe jetzt kaufen 2 und Halogenlampe jetzt kaufen 3 und dieser ist irgendwie so gut Entschuldigung so Halogenlampe kaufen jetzt hier so gut so und die da wird verkauft so und wenn wir jetzt wo ist denn mein Lichtschalter ach hier Schalter betätigen super oder gleich ein helles grünes Bad so Graham helles grünes Bad ja ich finde es okay so wir kümmern uns noch um eine Tür mit den Türen und zwar Innentür Weiß Eingangstür mit Klopfer Innentür Weiß okay jetzt kaufen so so Bad super so meine Lieben das war's das Bad ist fertig so von außen super so meine Lieben danke fürs Dabeisein bis zum nächsten Mal Tschüss 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 tschüss